ja herr willkommen mein name ist an die welt und ich möchte euch zurück zu let's play king nummer zwei feilen welt buch hat entschuldigung er ist folge haben wir port royal abgeschlossen wortwörtlich weil das schlüssel und wir haben es abgeschlossen das merkt jetzt erst um ein gott und wir haben die zwei dinge hier zwei gummi jet mission schon abgeschlossen 240 gibt es einfach nicht in der auswahl zwischen zwei weiteren welten akaba und halloween town akabat level 22 als im polis level und wir sind 22 was von zufall land mein akabar dass ich raten die da will dann nach die welt danach sind wir 26 als neuer nach kommt wo da kommt man schon sehen ich meine agra war hier kann ein bisschen besser die weisen form der will weil die alten form ist ja schon hochgelebt ja das meine priorität im moment ich weiß und das ja wo ah ach angst we made it of course i wonder how aladdin and jasmine are doing hey maybe riku's with them yeah i am the king keep dreaming riku come on donald you were thinking the same thing no i wasn't Sohra, wir gehen! ich war in diesem Lamm mit Jafar, weißt du, als ich endlich ausgerufe, dann hat man etwas passiert. Also, Freeh ist ein Zeug, oder? Gorsefiller? Er sieht ziemlich schade. Ich will entschuldigen zu Alignin und Jasmin. Können Sie vielleicht ein gutes Wort für mich geben? Natürlich, wir können das tun, können wir? Es kommt vom Buch, ja, so muss es Sinn ergeben. Was wollt ihr denn? Und jetzt meine Magie hier zücken. Aber wenn wir eine Drive-Form jetzt mehr, eine Drive-Leiste noch mal her. Ja. Au, 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 au. Was willst du, ey? Na zum Teufel, ich ziehe ja gar nichts ab. Man lässt mich klein. Boah, ich bin ja noch ewig dauernd mit der weißen Form. Nein. Ich war gerade am... Ich war gerade am töten damit. Wir fragen, was denn jeder Welt kann sein? Ich sag einfach, er ist vor mit seinen Schlüsselspäden, die Kamera. Ich dachte, er wird mich damit schlagen. Nein, ich bin immer noch in der weißen Form. Verdammt, ich darf mich zurück verwandeln. ohne jahre werden wir jetzt da unter dem sand heute nicht auf freunde schätze wir schulden er war es spitze aber alle die und das wir musst du schon selbst überzeugen also zeigt von einer besten seite alles klar ja alles war ist allerdings ich wette erst im palast lasst uns gehen hat von agawa ich glaube karten jetzt am anfang kommen jawohl ich habe mich zurück verwandelt und jetzt habe ich wieder alle drei punkte étaient ausgezeichnet wir haben we avanca gegner ledig was ich hatte ja duft mäuchler der satis waren ausnahmsweise guter angriff nehmen wir mal ab bild haben die bokt 1 2 ich nehme einfach ich nehme mir mal hat war einer zu viele neue team war kann ich auch noch nicht trotz kopf war dann weiter im text aber jetzt mit keine herzlose okay dass wir hier nicht rumlaufen wahrscheinlich kann man eine stadt zurück herr damit das war wahrscheinlich mit dem typ mit seinem schweiß und harte arbeit aufgebaut sind laden aber ich komme dahin und abgelenkt so leichter wie im echten geben da verglich aufzeugs ab ich einfach in irgendeinen laden rein und schweiß schlicken feuer warum nicht da wenn wir den blöder den schatz und so gut wie niemand nützliches außer abilita welche weil ich hier ein richtig zugeworfen werden und hier und da mal so ein freudenschwitter ja wassers naja der störe vom discord aber das wird die störe von jahre und verstehe ich sollte mich damals alle immer noch keine verpasst wie mache ich das ist unglaublich und dann die waffel opfeln ging es ja das andere ist dreck und dann komm mal her in der reihenfolge wöchst du ich habe nie eine Chance für dich für die vor die du hast aladdin-defeat das wöchst jaffar und schweig agrabah du immer in ein wohnen aber die die heartless sind wieder um zu wieder Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich bin nicht sicher. Normalerweise ist er der selten Aladin. Aber manchmal ist er einfach so schrecklich. Er verlässt das Paläste und geht von ihm selbst immer. Ich habe ihn gefragt, aber er sagt, dass nichts falsch ist. Er hat ihn heute Morgen. Was ist, wenn er nicht zurückkommt? Hey! Vielleicht hat er eine schreckliche Freundin. Ich weiß. Ich werde herausfinden, wer sie ist. Iago! Quick, Sora! Catch ihn! Und ich werde den Regierungen und alle in der Paläte. Das ist das Problem. Iago ist nicht... Ah. Nice move. Vielleicht ist es etwas, was du gesagt hast. Hm. Ja gut. Ich habe mir das auch gewundert. Aber viel größer hab ich sorgt für dieses Spiel. Was geht? Hey, Moment mal. Ich will ja nicht das offensichtlich ansprechen. Wie blöd seid ihr eigentlich? Also, eins macht es mir gar keinen so traurigen Eindruck auf mich. Wer sagt denn, dass ich das wäre? Die Prozessin, Jasmin, sie macht sich Sorgen, weil du immer in der Stadt bist. So ein Unsinn, aber ich schätze, man kann es mir nicht vormachen, was ist der Genie und der Teppich haben sich aufgemacht, die Welt zu sehen. Da ist es, da ist es, was Genie schon immer wollte. Das ist das, was Genie immer wollte, also gönne ich ihm natürlich die Reise, aber vermisst die. Nein, das ist ganz schön Fahrzeichen, so ganz ohne Genie, und ob, deshalb komme ich immer wieder her. Diese Energie, die Menschen, ja, ich sehe, ich sehe die Menschen auch, ja, hier ist immer irgendwas los. Irgendwie nicht. Hier ist keine Menschen Seele. Ich meine, ihr seht doch selbst. Ich habe euch, ich habe euch immer hier heute getroffen, oder etwa nicht. Ich hatte es eben so volle Überraschung, warum steht es sowieso ein Pimp da und Donut. Ich habe mich nicht verraten, warum dieser Gesichtsausdruck. Ja, er möchte sich für alle Webel entschuldigen, den er versorgt hat. Ach, möchte er das? Ich glaube, er bräut wirklich, was er getan hat. Die Lampe. Was ist damit? Das war die Lampe. Ach komm, es geht doch mit mir und solcher Lampe. Hey, ich war in dem Ding unmittelbar lang eingesperrt. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Aber wo dreht auch durch? Dann gehen wir besser zurück und sprechen mit dem Träger. Klar, wir sind dabei. Okay. Haben wir sonst nichts zu tun? Alleine. Okay. Alles so viele Sachen. Itemboost war man hier. Wo lernt es anders? Also. So. So. Herr mit dem Sachen. Wie könnt ihr auch unmöglich gebrauchen? Hm. Na gut. Aber ja. Weiter. Man geht ja auftauchen. Ich will die Weisenform. Aber wir kommen tatsächlich welche. Eiselform. Easy kills. Easy kills. Ich habe. gewalt. Schon zwei, drei Gegner oder so. Wann hat noch. Ja. 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 Jürgen! Ja. Ja. 안�wenken? Jürgen! Ja. Jürgen! Ha! Das ist halt saber. Ja. Sie auch hochleveln. 24 gegangen. Meine, wie soll ich das machen. состоit 바� Atari. 0,9k. diese kill ja beim tröder und meine freundlich da jetzt irgendein weg euch diese lampe abzukaufen aber sicher das heißt sie euch das leisten könnte keine sorge genau wir bezahlen einfach mit den königlichen donald katschen könnt ihr euch vielleicht eine andere lampe schmackhaft machen das ist die die wir wollen nun mal sehen vielleicht dass ich mich ja überreden falls sie mir denn einen schatz bringt er selbst meine vorstellungskraft übersteigt da sagen wir was eines sultan würdig ist treu gemacht oder sagt durch das von groß vom großen feindler ab wie onkel da gebert aber auch immer der macht um sein geld zu verdienen ein schatz das könnte künftig vielleicht macht er irgendwelche schmerzmann arbeiten ich weiß nicht belastet ist doch jeder menge schätze aber die sache gehören nicht mehr und ich kann nicht darum bitten es geht darum ja ich finde ich dass jasmin oder so kann sich sorgen machen hey ich hab's das ist mit den schätzen in der wunderhöhle also ja wo du fährst sonst nachdem wir schatz haben schenke ich dir vielleicht sogar deine entschuldigung glauben ganz auf mich zählen warum vertrauen den überhaupt nicht und ja ich meine dafür war der führer fahrt gearbeitet aber trotzdem er persönlich hat doch glaube ich nichts gemacht oder und solange er seit ich aller liegen geguckt habe vielleicht auch irgendwas gemacht ich weiß ich weiß immer mit kopfhörigen hat mich vollkommen ok jetzt kann man jetzt auch die wagen und waren geile vielleicht kann ich glaube ich auch ein bisschen länger dauern ich bin ich irre da habe ich nicht dran oder ne grad verdammt sagen wir mal noch gar mehr aber auch wenn wir mal mein namens sagen jetzt ist das so was aber da ja 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 aber ich kann die opfer zu vermachen oder wie wieder aber verschwendung aber egal wenn ich hier mal irgendwas totkrieg ich hoffe der zittling für mich als kill das war eine ganz schöne veräppelung hat geil habe ich zurück verwandelt sehr gut so muss das jetzt nicht die karte ist immer anderes fans mit hosenregen mit die maximale extrem eigentlich jetzt nicht so aber vielleicht auto weisen form brauche ich nicht aber auch denn hier noch ein paar sachen aus dem ex du kannst die gebrauchten auf vier dinger so finde ich gut die drei viele auf vorhaben zurückgehalten haben wir noch ein gegner erlegt haben auch zur wunderhöhle zur wunderbaren höhle ja das wäre mal gegen kämpfen ich weiß auch gar nicht er hat nicht gesehen ehrlich ja so weit haben wir auch schon die wunderhöhle eingang hat mann weiter diese kills die sie kels 10 als die zählten nicht als kills was stationstiger nicht dagegen natürlich nun wir machen jetzt den ihr weil es klappt und stadtmauern der drei sehr gut so kann man auch abjusen ja jetzt das stück aufgehört ist man ja auch mal irgendwann aber jetzt nicht wie sieht das ding noch mal von innen aus ich habe jetzt nur noch kinder als einzeln kopf ach ja genau diese form das ist immer so klein die weise wollen wir eigentlich auch schon stil die 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 oh gott shit ja 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 da jetzt schon mal erst mal schatz und herr jemini ich habe situations boos bekommen das ist eine gute fähigkeit den schaden dem ich situationskommandes vorsagt wird um 50 prozent ja und das ist gut jetzt mit der weise voraus acht alle schlecht ich habe jetzt hat kufi ap bekommen er wollte ich habe noch gedrückt ich erwarte mit dem tag und aber zwei zeilen ach so an der steinrichter ein edelstein steht in der luft ok sieht das könnte man etwas in den sockel einstecken war ich noch was der edelstein aber ich könnte mich auch erinnere wäre ich so klug das war gut wie nachdenken er sagt der afl der bringt uns irgendwann nur um ja wer bringt uns irgendwann um für abo zum sockel und besänftigen im zorn der steigen richter der stadt auf abo auf abo springer bauer auf abo setz ihn ein ok auch sehr weise nicht unnötig eigentlich die statue in boden besänftigt ihr kommt mit dem leben davon tschüss verdammt sei diese affe jetzt ein speicher und das ist auch absolut perfekt tomat gut dann beende ich den part hier und wir sehen uns an der nächste folge let's play king nummer 2 final mix ich bleibe ich alles zuschauen und sagt tschüss bis zum nächsten fall